Die fünfte Dimension ist nicht nur ein Ziel, das es zu erreichen gilt, sondern sie stellt einen Zustand der Existenz dar, ein erhöhtes Bewusstsein, das ihr einnehmen könnt. Und weißt du was? Vielleicht erlebst du diese Dimension bereits, ohne es zu merken. Was sind also die Indikatoren dafür, dass du dich in der fünften Dimension aufhältst? Hier sind einige Anzeichen. Wenn es dir so vorkommt, als ob die vertraute Welt vor deinen Augen zerbricht, dann fasse Mut, denn du bist mit dieser Erfahrung nicht allein. Viele von uns beobachten, wie sich diese bemerkenswerte Zeit entfaltet. Dies ist kein Stadium des Verfalls, sondern eine Zeit der Erleuchtung, ein himmlischer Übergang. Wie ein altes Sprichwort sagt, ist die Nacht vor der Dämmerung am dunkelsten. Du musst verstehen, dass wir bisher in einer dreidimensionalen Realität gelebt haben, einer greifbaren, wahrnehmbaren Welt, die unsere Sinne in einer Weise anspricht, die wir berühren, beobachten und anhören können. Da der Planet und seine Bevölkerung jedoch einen Wandel durchmachen, befinden wir uns auf dem Weg zu einer 5D-Realität. Diese Sphäre ist eher ätherisch und öffnet sich vor allem für Menschen, die ein spirituelles Erwachen erreicht haben. Sie stellt ein Heiligtum dar, in dem die Liebe über die Angst triumphiert und die Einheit Vorrang vor der Trennung hat. Auf dieser bemerkenswerten Odyssee schärft sich deine Sinneswahrnehmung und stellt sich auf neue Schwingungen ein. Dein Verständnis erweitert sich und befähigt dich, das Unsichtbare wahrzunehmen und das Unhörbare zu begreifen. Dieser Prozess kann mit der Verbesserung der Firmware eures Geistes verglichen werden und wie bei jeder Verbesserung müsst ihr damit rechnen, dass ihr auf einige Schwierigkeiten stoßt oder auf das, was man als Aufstiegssymptome bezeichnen könnte. Die Menschen in deiner Umgebung könnten seltsame Empfindungen, emotionale Schwankungen oder unvorhergesehene gesundheitliche Entwicklungen äußern. Einige mögen dies als merkwürdige Synchronicitäten abtun, doch im Grunde sind sie Ausdruck einer grundlegenden Veränderung, einer Erneuerung unserer geistigen und körperlichen Strukturen. Dies ist kein Umstand, vor dem man sich fürchten muss, sondern symbolisiert eine kosmische Harmonisierung mit dem höheren Selbst. Um den Aufstieg zu erleichtern, ist es unvermeidlich, sich mit der Schattenarbeit zu beschäftigen. Im Wesentlichen geht es darum, sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, seine Nöte zu bewältigen und sich in seiner eigenen Unterwelt zurechtzufinden. Wenn du den Schatten in dir erkennst, musst du den Mut haben, dich ins Licht zu wagen und aufzustehen. Eine der schwierigsten Facetten dieser Metamorphose ist der Zerfall der bisherigen Konstruktionen. Der Niedergang der 3D-Existenz, wie du sie kanntest. Bindungen könnten sich auflösen, berufliche Wege könnten sich ändern und Freundschaften könnten sich auflösen. Trotz der Härte dieses Übergangs ist er ein unverzichtbarer Teil der Reise. In dem Maße, wie die 3D-Komponenten deiner Existenz auseinanderfallen, machen sie Platz für die 5D-Facetten frei, die sich materialisieren können. Das Alte loszulassen ist nicht einfach, denn es ist angeboren, sich an das Bekannte zu klammern. Dennoch wird der Schmerz des Abschieds von der Freude über die Begegnung mit deinem Weiterentwickelten Selbst überschattet. Wenn du diesen Weg der Verwandlung beschreitest, wirst du erkennen, dass deine neu gefundene Existenz genau die ist, die du dir die ganze Zeit vorgestellt hast. Im Grunde genommen bricht deine Existenz nicht zusammen. Es ist die Synchronisation mit einem majestätischen Plan, einem übergeordneten Ziel. Sie ebnen den Weg zu einer authentischeren, mutigeren und aufgeklärteren Version deines Selbst. An der Voraussicht festhalten, aber die Bedingungen aufgeben. Dein bisheriges Leben implodiert nicht. Es häutet sich, um ein stärkeres, prächtigeres Wesen zu fördern, das an seiner Stelle gedeiht. Wenn du spirituell in die 5D-Dimension aufsteigst, wird dein Geist empfänglicher und harmonisiert auf komplexe Weise mit verschiedenen Energien und Schwingungen. Inmitten dieses spirituellen Fortschritts werden die Verunreinigungen in deinem Leben immer deutlicher sichtbar. Diese Schadstoffe sind nicht auf Substanzen wie Alkohol oder verarbeitete Lebensmittel beschränkt. Sie umfassen toxische Bindungen, die Umgebung und sogar kognitive Zyklen. Im Grunde genommen harmonieren diese Facetten nicht mehr mit deinem Wesen. Dein Körper könnte mit Unwohlsein reagieren, deine Laune kann sich verschlechtern und du könntest noch unruhiger werden als sonst. Du verwandelst dich in einen raffinierten Apparat und die Gifte stellen die aufeinanderprallenden Akkorde dar. Auch wenn es paradox erscheinen mag, ist die gelegentliche Distanzierung von bestimmten Personen oder Szenarien der freundlichste Akt, den du sowohl für dich als auch für sie tun kannst. Der Mut, sich abzugrenzen, beruht auf der Fähigkeit, sich selbst wertzuschätzen. Auch wenn dies bedeutet, andere zu enttäuschen. Wenn du dich von Toxizität trennst, bedeutet das nicht, dass du aufhörst, diese Menschen oder Dinge zu lieben oder zu achten. Es bedeutet eine tiefere Liebe zu sich selbst. Und daran ist absolut nichts auszusetzen, denn das eigene Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, ist kein Akt des Egoismus. Es ist unerlässlich. Wenn du es nicht schaffst, deine innere Ruhe zu bewahren, wer dann? Deine geistige Stabilität ist nicht nur ein Gesicht deiner Existenz, sie ist der Kern deines Wohlergehens. Wenn dein Geist zur Ruhe kommt, erwidert dein Körper dies und dein Geist blüht auf. Die Annahme eines 5D-Lebens bedeutet, dass deine Gelassenheit unumstößlich wird. Du erkennst, dass dein geistiges Wohlbefinden dein Schatz ist, dein Grundstein für ein blühendes Leben. Wenn du dich selbst als Vorbote des Lichts betrachtest, verkörpert dieser Prozess des Ablegens eine tiefere Ebene. Dein Auftrag geht über die persönliche Bereicherung hinaus. Du fungierst als leuchtendes Leuchtfeuer, das anderen in diesen umwälzenden Epochen den Weg weist. Um deine Rolle adäquat zu erfüllen, ist es wichtig, deine Ausstrahlung zu bewahren. Der Leuchtturm kann keine Schiffe leiten, wenn sein Licht durch Dunst verdeckt ist. Wenn du dein wahres Wesen bewahrst, ist das dein Angebot an den Globus. Indem du dich von Negativität distanzierst, erlangst du die Einsicht, die du brauchst, um andere zu leiten. Du verkörperst ein lebendiges Zeugnis für den möglichen Wandel und zeigst den Menschen nicht nur einen besseren Weg, sondern den Weg zu einer höheren, symbiotischeren Realität. Hast du in einer Welt, die häufig von Lärm, Unruhe und einer Fülle von Ablenkungen geprägt ist, eine fesselnde Anziehungskraft auf die Natur verspürt, wie eine geheimnisvolle Kraft, die dich in die Wälder, ins Hochland oder ans Meer lockt? Die Urelemente, die die Existenz von Anfang an genähert haben, locken. Und hinter dieser Anziehungskraft steht eine tiefe spirituelle Logik. Die Natur versteht eure Essenz und erkennt eure Anwesenheit hier als Teil eines größeren Plans, eines gemeinschaftlichen Übergangs in eine erneuerte Erde, eine 5D-Domäne. Sie geht über die malerischen Ausblicke hinaus. Sie umfasst die angeborene Klugheit, die in jedem Laub, jedem Kieselstein, jeder Brandung steckt. Was ist also der Grund für die Aufforderung der Natur? Es geht nicht nur um einen erholsamen Rückzugsort oder einen malerischen Instagram-Schnappschuss. Es ist eine Aufforderung, in dein tiefstes Wesen einzutauchen, dich mit deiner Mission zu synchronisieren, dich zu bessern und aufzublühen. Mutter Erde erkennt die ausgeprägte Leuchtkraft, die du in dieser Welt ausstrahlst und möchte dir helfen, noch heller zu leuchten. Ob du in meditative Momente an einem friedlichen See eintauchst oder auf einem Berggipfel Klarheit erlangst, die Natur wirkt wie ein kosmischer Resonanzkörper. Es passt deine Schwingung an und hilft dir, dich auf höhere Frequenzen und tiefere Einsichten auszurichten. Wenn der Ruf der Natur tief in dir widerhallt, nimm ihn als ein Signal. Du bist nicht nur ein Passant, du bist ein Beschützer, ein Wächter der Erde. Du bist dazu aufgerufen, den Übergang des Planeten in einen erhöhten Zustand der Existenz zu erleichtern. Deine Verbindung mit der Natur funktioniert nicht als singulärer Austausch in eine Richtung, sondern eher als gegenseitige Verbindung. Während du der Erde Ruhe, Weisheit und Heilung entziehst, füllen deine Energien sie im Gegenzug wieder auf. Wenn du also den Drang verspürst, durch Wälder zu wandern oder dich an einem See auszuruhen, dann erinnere dich daran, dass du nicht vor der Welt fließt. Vielmehr tauchst du tiefer in deinen Auftrag ein. Du bist nicht nur ein Fragment der Natur, du bist ein Fragment ihrer bevorstehenden Zukunft. Einer Zukunft, die eine harmonische Verschmelzung von geistiger Erhebung und irdischer Pracht ankündigt. Letztlich kann kein Angebot das Geschenk der Liebe übertreffen. Wenn du ein tiefes Verhältnis zur Natur kultivierst und eine wechselseitige Beziehung zur Erde pflegst, wirst du feststellen, dass eine andere Form der Verbindung deine Aufmerksamkeit erfordert. Tiefe Verbindungen. Diese Bindungen klingen in einer sehr tiefen Schicht nach, die nicht nur den Intellekt oder den Körper anspricht, sondern auch im Heiligtum der Seele nachhalt. In einer dreidimensionalen Welt, die von materialistischem Streben und oberflächlichen Beziehungen beherrscht wird, bleiben die Interaktionen häufig auf einer peripheren Ebene. Bei informellen Gesprächen mit Bekannten, bei Firmenveranstaltungen oder sogar bei familiären Zusammenkünften geht es oft um lockere und sichere Dialoge, um Themen, die den Kern unserer wahren Identität nur streifen. Wenn du jedoch zu einem fortgeschrittenen Bewusstseinszustand aufsteigst, wirst du erkennen, dass diese Interaktion auf der Oberflächenebene den Hunger deines Geistes nicht mehr stillt. Dein Wesen beginnt sich nach Tiefe zu sehnen, nach Erfahrungen, die reicher, bedeutungsvoller und authentischer sind. Während du auf deiner Reise der spirituellen Erhöhung voranschreitest, erkennst du, dass du eine neue, unausgesprochene Sprache beherrschst, eine Sprache, die direkt mit der Seele in Verbindung steht. Es handelt sich nicht um eine Sprache, die durch ausladende Gesten oder komplizierte Dialoge beschrieben wird, sondern um die Einfachheit eines Lächelns, die Wärme einer sanften Berührung oder einen stillen Moment, der mehr ausdrückt als tausend Worte es je könnten. Wenn du mit dieser erhöhten Frequenz harmonierst, ziehst du Beziehungen an, die auf der gleichen symphonischen Frequenz schwingen. Dies könnten Zwillingsflammen oder spirituelle Partner sein, die dich auf der Reise deines Lebens begleiten. Im Gegensatz zu traditionellen Beziehungen sind diese Bindungen von einem tieferen Sinn durchdrungen. Sie gehen über romantische Verlobungen hinaus. Seelische Verbindungen können in verschiedenen Formen auftreten, wie Freundschaften, Mentorenschaften oder sogar Familienbande, die von tiefem Verständnis und gegenseitigem Wachstum geprägt sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017